Und jetzt? Ja, schau, das meine ich. Und jetzt? Marvin ist so ein Lappen in meinen Augen. Er soll froh sein, dass ich überhaupt an ihm geklebt habe und mit ihm getanzt habe. Guck mal. Nein, nein, fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Ich will nicht. Ich will nicht. Fertig aus. Ich warte noch auf meinen Drink, deswegen. Ja, geh. Geh, 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 geh. Was ist mit dir? Mit ihr? Seid ihr cool? Schizophren. Schizophren. Nein, nein, nein. Ich will ihn küssen. Er sagt, lass nach Show. Hä? Was hab ich das gesagt? Was? 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 Hast du ein Problem, damit sie den Kopf zu kriegen? Schau, deswegen bist du gefährlich, weil du einmal die warte Mutter herumdrehen musst. Was dreierst du? Mit dein 1,50. Geh mal weg, Alter. Ich bin 1,60. Ich bin 1,60 und ich bin voll am Stolz drauf. Wie so kleine Kinder im Kindergarten hüpfen hier rum und provozieren irgendwelche Leute ohne Grund. Das ist echt wie ein Affenzirkus. Nur weil ich dich nicht will, heißt nicht, dass du jetzt so machen musst zu mir. Okay? Du bist schizophren. Du bist fucking schizophren, Alter. Warte nach der Show ab. Ja! Was willst du machen? Du bist hin. Was denn? Was willst du machen? 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 Ich fass dich doch nicht auf. Mach, mach, mach. Und dann mach ich. Dann liegst du hier. Dann liegst du hier, Alter. Du kennst mich nicht, also mach nicht auf Klasse. Okay, Playboy. Ich bin ein Playboy. Ein Playboy, den du niemals bekommen wirst. Du bist ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge. Mit so einem großen Schwanz, den du niemals bekommen wirst. Oh mein Gott! Oh! Oh! Ey, Junge, schwör schnell! Ey, sie macht... Ey, ruhig. Sie macht den Glück auf mich. Sie macht den Glück auf mich. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich wollte es nur so ein bisschen anteasern, so auf den soll ich. Und bevor ich das überhaupt tun konnte, war das Glas schon weg. Ich mach nur Stress, nur Stress, nur Stress. Ich hab mit jedem Stress sie provoziert. Und ich check's nicht, wieso es einfach immer noch nicht alle sind. Ich check's nicht. Marvin, 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 Marvin. Ich mach doch nicht mal was. Ich mach doch nicht mal was. Sie hat richtig provoziert. Du hast schon wieder falsche Wahrnehmung. Du bist im Recht. Du bist im Recht. Nein, 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 nein. Lars, Lars, Lars. Dass Marvin das Glas wegschlägt, ist natürlich nicht okay. War zu viel. Aber wenn die ganze Zeit provoziert wird, die ganze Zeit so... Irgendwann brennen natürlich auch die Sicherungen durch. Er hat Angst, sich vor Deutschland zu blamieren und hier Sachen mit mir zu machen. Aber er schlägt mein Glas auf der Hand. Mal ohne Spaß. Marvin hat sich nur gewehrt. Und das darf er auch. Ja, das macht man nicht. Er hätte viel, viel besser in dieser Situation handeln können. So eine harte Nummer hat er da drin gemacht. Das ging gar nicht. Ciao, ciao. Er ist komplett gecancelt. Marvin wird niemals eine Frau schlagen. Also das nicht. Aber einfach, der sollte halt einfach ein bisschen chillen. Und dann lieber Feuer mit Feuer bekämpfen, anstatt dann irgendwie das Glas aus der Hand zu schmeißen. Weil das kommt vielleicht für die einen oder anderen Person komisch rüber. Das geht dann aber. Also die Frau. Das machen wir jetzt mit Feuer. Das macht sich. Das macht das. Das macht das. Das macht mich sehr ernst. Das macht das. Ich bin ganz schwer. Das macht das.